Warte, das macht so ein Killer. So, das hat ja noch geschehen. Das war's. Na, komm raus mit euch. Komm, komm raus mit euch. Komm, wer drausig mich töten, ha? Bist du kaputt in der Luft, P90? Ja, doch, ich bin... Reichen auch... Reichen auch... Ja, ne, ne, eh, der, der, der. Ja, er, er, der, 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 der. Und wie ich gefragt hab, ich versteh' mich ja manchmal, das hat sie nicht, wenn ich sage, sie dürfen nicht in Hauptsponsornne schießen. Oh mein Gott meinte, wie sieht es denn du aus? Du siehst wieder übersaggetterungsstau aus. er hat 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 okay komm das ist ein bisschen der längste meinte bis unser gangster im ist gangster schau guck ich mache die kaputt einfach so ab heute geht ab zu schmarrer du denkst du ich habe null kills wir hier oben auf dem haus kämpft nicht viel nach wo meine küsse fertig sind ich verschenke es war das war ein paar rüstungen so alle die es interessiert ich habe es für uns von der er irgendwas haben bestellt man bitte bei mir an heute bin ich für spam gekickt worden einfach anstellen ok 90 klickt sich selber das alter alter vielleicht nicht die wollen ja natürlich auch wichtig ist ich hätte mich jetzt herausgekommen er hat er vorhin bin ich aus ich schieße zurück ich schieße zurück und du bist meinte ich sie doch gar nicht die haben geschossen m es sind keine Erdbeeren das sind zweck dass du immer das Wort zu nehmen wir sollten da er ja sehr gut ich bin jungen so lächste oh ganz schön user disconnected von der ja er braucht nix aber doch die hat ich fast so jetzt immer wieder rüstungen aus ich empfinde euch nicht mehr wir hatten uns gerade beim spawner weil wir gerade nicht töten können ich kann schauen muss dass die sie durchsachen nicht hier illegal werden hier meine lieben user user laptop channel wenn ich gar nicht schön legal bleiben immer legal bleiben wenn ich nicht war abkartei war das ist auch echt sind die kämpfen in einem kleinen abgefuckten teil die können mit ihr daraus treiben wenn wir von hinten an sie reingehen würden können wir sie rausholen oder oder hey man da kommt mit mir wir holen uns von hinten ja was denn ich habe ich habe ich habe den höchsten da war und da kann ich so richtig hätte schon gehen weil ich habe eine sitzung da war habe ich auch nicht das herr schieten ich habe ich nicht gesehen jetzt habe ich nicht in die decke geguckt komm ich lassen hier oder so weit irgendwie poli schiert mann um auf den camper der was am dach steht der kleine mann ist gast schau mal ob es echt ist eine ahnung der kleine mann sieht eigentlich sehr echt aus ja aber es kann sich jeder der kleine mann wenn man ja ich bin nur mit iphone deswegen habe ich eine andere ip die machst du ja schleichwerfung im video was soll denn das hier der mod mach ich doch gar nicht du das iphone sagt das schleichwerfung ja ja die 90 ist er genau dies der mod der klasse der selbe durch jahr das ist einfach noch tragen der mann solch wieder mieten kann zu machen mehriger kompletter allerdingsens kannst du nicht verbringen ob kacke ach man du bist es hier jürgen ist genügend oder das ist es jetzt tot das ist er weitergehen er geht meine sache wieder ich weiß wir haben die seine sachen prozent bei den gruppen ausseiten als umgestanden hat mich von drittland in anschließt denn wo ich mir jetzt aber so richtig kräftigen voll aufsatmen mann und die sind natürlich die gäste wo es wo sie sitzen wo sie kämpfen weiß die teile und so weit die kämpfen nämlich das sind nicht so das kleine camper und die menschen nachher wieder taktisches warten leute ich sag's euch das ist so die nennen es taktisches warten 1 erst der meisten aufregt oder halt bald 1 3 es ist nicht nur bist du ich gehe gerade dazu kein und zwar das ist nichts mehr für die russes in einem kleinen fucking haus ich komme auch gerade sich aber jetzt machen wir richtig kalt markt user in der channel was band von der server in der röcke waren amd hat wieder einer aus dem betrieben er um hat von vorhin hintereinander haben nichts gemacht haben nichts gemacht geschrieben dabei weiß ich gar nicht wer ihn gewandt hat aber egal da haben wir nichts gemacht hey 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 ich bin ja bei einem haus hin ich bin drin ich klette hier die ideale drauf ich bin gleich immer ich bin gleich vom haus ich bin ganz oben fast ich bin gleich wieder oben die jahr gedückt warte ich schlag das hier auf ich schlag das hier auf ok warte und ich hause sobald die das sind sowas wollen mit der schrout rein wir sehen sie noch nicht ich bin hier ist so wie ich das bin ich das bin ich das war wieder so wie das war ich habe es da drückt sie sind also sie sitzen da oben die Camper hat er mit ihm zu tun so gut so hat er das auf das auf das auf und beckten bis auf der Achtung wenn die Bekleidung denn es sind definitiv wenig Leute so wird es nicht so gut gelten das Geld verrät uns auch zwei Kriper zwei eben mann du macht und so nicht dass sie nicht zu suchen scheiß gelettt scheiße das geht das tötet mich das könnte mich das gelett keine chance und Gott wir haben was gehört wir haben was gehört und ich bin in der Nähe von der ich bin in der Nähe von der Tür wirst du gerade p90 ist gerade ich mache ich muss gerade musste gerade schießen sonst wäre ich verrückt auch da bist du warte warte wo sind die ich hier von unten rein ich bin gerade in der komischen ist es richtig ja ja ist richtig die leute falls er fragt wir sind hinter bei der brücke dort hinten und dort warten wir gerade auf den also beim spawn müsste müssen sie gehen rechts oder rechts müssen sie gehen dann kommt jetzt uns einem jeder kann wir entmuten hier niemand da wir gerade in der aufnahme sind meine was aber ist gerade an ja ich bin fast drin ja gut dass ich einen zweiten monitor habe weil ich sehe das sonst eh nicht user left your channel so da los geht's lasst woche die cheater das ist das ist eine übel aber es hat die sind aus sozial zu uns so jetzt kommt da ich nicht schee kann 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 befindet sich doch noch da ja ich bin noch da kacke ich hätte die fuck you hey Leute lasst uns alle auf diese kleine Camperpartie gehen kommt mit mir mit zum Spawn ich hole euch beim Spawn ab und dann gehen wir alle rauf kommt her zu mir kommt her zu mir als ich in der Kathedrale wir machen jetzt im Chat wir machen jetzt den übelsten Flash Mob Leute kommt alle her zu mir wir greifen jetzt von allen Seiten an was seid ihr Leute wir sind direkt beim Spawn wir sind beim Wasserbecken dort aber bitte nicht der Mann du abschießen los kommt alle und jeder der hier rein will nicht davor abschießen okay einfach alle die reinkommen alle hier warten alle her und hier könnt ihr dann eure Waffe nehmen alle schönen nehmen also ich finde ich niemand er bin ich bei der Kursung nicht da falsch ich bin ich bei der ganz großen bin ich falsch leute wenn ihr gestorben seid ich habe es sind einige spawner verräumt also das heißt ihr könnt mal probieren seid ihr alle jetzt da bei mir was hat denn alle wissen muss von bereich wir gehen jetzt aufhörte kommt jetzt mit alle Jusen und Warten war die Beratung 90 das ist die Anlage kommen damit kräftig ist falsch wir müssen hier auch wir müssen hier auf da sind wir auch nicht nicht und sie kann das dann bald aufnehmen nicht zu viel nehmen nimmt nur das was sie mitnehmen wollt ich bin ich bin jetzt wollen jetzt gleich dann die Waffen es dauert so ein bisschen aber das kommt alles wieder wir töten uns alle nicht kommt alle mit mir mit wieviel sind wir jetzt und alles andere um 3 4 5 sechs Leute sind wir glaube ich okay mir nach jetzt gehen wir jetzt gehen wir Keira und so weiter sind weil das sind ja alles nur Obst die was im Haus kämpfen wir haben das Haus abgebaut Leute lasst sie uns und sobald wir aber auch sagen um sind sie da drüben sind los macht sie kaputt hast du eine der Kröte du darfst du nicht finden oder das ist klar dass du dann stirbst sorry los sie gehen weiter zurück zum haus gehen zurück ins Haus kommt Leute kommt 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 los stimmt ja kann man nichts machen man läuft mit dem schuss fällt von einem anderen und schuss gefallen jetzt holen wir uns die camper hier mal user mit der wüten wenn ich jetzt Munition und Waffenzeug mitnehmen ja ich muss mir auch noch mal kurz neu ich bin bei dem Wasserfall weiter kann ich kommt euch Leute wie viel sind wir noch wir müssen zum Haus wir müssen zum Haus ich finde das Haus nicht überhaupt nichts hier abstrich stehen im wald leute abstrich steht dort im wald ich bin bei dem bahnhof warte ich zieh mal ich mach mal nachts nicht gerät an habe ich wirklich keine op damit ich mir auch bis es ich habe gesagt dass ich hier weg bin johann abdurchtieren ja ob ich halte ich gut aus dem Ort da kommt man bittet hier er besteht aus der stadt und bist du noch da lebe ja ich bin noch die ganze zeit sterben nicht aber ich hab ich bin aber ammer dort mann droht auch tschuldigung so kürzlich gesehen tschuldigung abkürzt es zu essen geben zähne epischer schrei ja mann, dass Frauen schreit guck, wer wisst was ist das hier, wo sind wir hier, mann, du? äh, du kostkulobisch hey, warte, geh mal zu essen bitte oh, ja nee, krieg ich keins was komm, ich steck den Tarnanzug an hier so schauen wir mal, dass wir eine Stunde Aufnahmematerial bekommen, hätte ich gesagt jo oh, 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 oh was ist die ganze Zeit oh, was passiert, wenn ich da drauf drehe ich bin wenn mir kommt oh